Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Genau, Purpose First, ein Designsystem für Webseiten. Ich möchte euch heute ein bisschen über die Lessons learned, die wir nach drei Jahren Entwicklung an unseren Webseiten gesammelt haben und möchte euch ein bisschen darüber erzählen. Ganz kurz zu mir. Ich arbeite als Webentwickler, wie schon vorgestellt. Genau, das Ding mit der Apokalypse, das ist einfach zum Entspannen. Da gehe ich zwei-, dreimal im Jahr mit 500 anderen Leuten durch Wälder und spiele Lab. Super Hobby, können wir auf ein Bierchen später bestimmt mal drüber quatschen. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, Webentwickler, das ist so mein Hauptfokus. Ich habe 2007 angefangen damit, die ersten Webseiten noch damals Java-Server-Faces entwickelt. Ganz schlimme Vergangenheit. Ja, bin aber, deswegen ist Webentwickler auch so ein bisschen in Anführungszeichen innerhalb der Firma so ein bisschen gewechselt. Ich mache jetzt ein bisschen App-Entwicklung, man muss ja auch mal ein bisschen weitergucken und das macht auch mega viel Spaß. Und genau, also bin da so ein bisschen Allround-mäßig aufgestellt. Genau. Was macht ZipGate eigentlich? Genau, ich arbeite bei ZipGate. Um euch ganz kurz abzuholen, wir sind ein Voice-over-IP-Service-Provider. Wir haben Privat- und Business-Kunden, machen also ganz viel Telefonie. Sowohl für große Kunden, die so virtuelle Telefonanlagen brauchen. Das sind dann so 15 bis 50 Leute. Und aber auch für Privat-Kunden, da haben wir zum Beispiel irgendwie ZipGate Basic und Satellite. Genau. Da möchte ich auch gar nicht so tiefer einsteigen, aber uns gibt es schon ziemlich lange, nämlich seit 2004. Und dementsprechend haben wir auch schon seit 2004 Webseiten. Ich habe nämlich mal im Archiv gegraben und für den Vortrag mal so ein bisschen geschaut, wie sich das so entwickelt hat. Das zum Beispiel war unsere erste Webseite 2004. Schon damals hatten wir Probleme, das komplexe Produkt, das wir hatten, eigentlich unseren Kunden zu erklären. Es gab halt irgendwie eine Ortsrufnummer und die hat auf deinem Computer geschellt. Das war irgendwie neu und revolutionär. Ja, man hat sich da irgendwie so ein bisschen durchentwickelt. Wie hieß man es mal zu sehen, da hat keiner irgendwie auf Typografie, auf Fonts geachtet. Schön oben die runden Ecken in den Tabs. Super, 2005 Webdesign. Die Zeit vergeht. Irgendwann hat man gesagt, ach, vollflächige Farben, total cool. Auch ein bisschen mehr Pep, noch mehr vollflächige Sachen. Mittlerweile auch eine Font. Eingebettet, ja. Dann gab es mal so ein bisschen stilistisch, wurde es irgendwie, ja, wie heißt das, kantiger und halt auch wieder mehr Fokus auf weniger Inhalte. Platzierter, ja, hat sich so ein bisschen entwickelt. Dann kam diese geile Zeit mit den Parallax-Effekten. Wenn man runtergescrollt hat, hat der Astronaut gewackelt. Alles was man cool so 2013, 14 gebaut hat. Klar sind wir mit dabei. Ja, und dann haben wir uns jetzt irgendwie komplett in schwarz gemacht und irgendwie das komplette Branddesign geändert. Ja, einzelne Produkte präsentiert. Warum zeige ich euch das alles? Das, was wir nach 15 Jahren Webentwicklung gelernt haben, ist das eine. Design lebt und Design wird sich stetig weiterentwickeln. Die einzige Konstante ist die Veränderung. Wenn ihr heute eine Webseite baut, ist die modisch halt in zwei, drei Jahren einfach wieder outdated. Ihr werdet natürlich, wenn ihr jetzt in Kundenprojekten arbeitet, ist das vielleicht immer dann schön, da wieder einen neuen Auftrag zu haben. Aber wenn natürlich wir als Firma unseren Brand halt nach außen präsentieren wollen, ist das eigentlich eine Aufgabe, wo wir stetig dran arbeiten müssen. Also wir müssen heute schon irgendwie darüber nachdenken, wie sich denn unser Brand mit unseren Produkten verknüpfen lässt und wie der halt in Zukunft auch leben soll. Und ja, wir haben das ein bisschen vernachlässigt am Anfang, vor allen Dingen, weil wir ganz viel experimentiert haben mit verschiedenen Produkten. Und da haben wir das noch nicht so ein bisschen beachtet, sondern wir hatten eigentlich ein großes Problem. Jedes Produkt hatte sein eigenes Design. Als wir 2013 gesagt haben, oh cool, das mit dem Mobilfunk, das wollen wir auch mal machen, haben wir uns ein Produkt aus dem Boden gestampft, was halt mit SIM-Karten hantiert und haben es SIM-Quadrat genannt. Und da haben wir dediziert ein Team dran gesetzt, was halt komplett damit gearbeitet hat und auch ein bisschen isolierter von der anderen Firma und von dem Rest der Firma. Und dementsprechend hatte das ein komplett eigenes Design. Das hat man schon am Logo gesehen, da war eine SIM-Karte mit drin und genauso wie dann zwei Jahre später wir gesagt haben, oh, wir öffnen unsere Plattform für Entwickler und bauen eine IO, also SIP-Gate-IO, eine Schnippstelle, mit der man uns direkt programmieren kann. Komplett neues Design. Ist halt einfach ein Wirrerhaufen, den wir da an Design-Sachen gemacht hatten. Und ja, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir ändern, das ist überhaupt nicht mehr handhabbar. Und haben uns damit beschäftigt, wie kriegen wir es eigentlich hin, unsere 20 Webseiten, die wir jetzt haben, alle zu vereinheitlichen unter einem Brand zu kriegen. Und haben uns gesagt, okay, Design-Systeme, das ist, glaube ich, so seit 2012 ist es doch durch die Design-Community so ein bisschen gejagt worden, dieses Buzzword und Leute haben angefangen, Bücher darüber zu schreiben und ja, ist ganz groß geworden, dieses Thema. Auch damals haben wir halt uns gesagt, okay, wir brauchen so ein Design-System, wir brauchen irgendwie etwas, was uns hilft, das zu organisieren, das zu strukturieren und halt, um es wartbar und entwickelbar zu machen. Um mal alle kurz abzuholen, Design-System, ich habe ein bisschen geschaut, ob es dafür eine sinnvolle Definition gibt. Und da ist von Andrew Cordwell, die finde ich so ein bisschen am besten, die beschreibt es eigentlich, ja, bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Design-Systems brings order and consistency to digital products. They help to protect the brand, elevate the user experience and increase the speed and efficiency of how we design and build products. Und genau das sind eigentlich die Kernfunktionen, die uns damals gefehlt haben. Also Order, Consistency, also gerade Consistency, einfach nicht vorhanden. Wir hatten auch Probleme, dass viele Kunden, die halt ein Produkt von uns genutzt haben, was halt überhaupt nicht mit dem Brand verknüpft war, uns auch gar nicht damit assoziiert haben. Also Zipgate war für den unbekannt, obwohl sie SIM-Quadrat benutzt haben, war halt immer nur so ein kleines Powered-Buy und sowas. Ja, und natürlich hat es auch tierisch viel Zeit und auch dadurch Geld gekostet, dass man halt einfach sich immer wieder neu erfunden hat und immer wieder neu entwickelt hat. Ja, deswegen, was für uns ein Design-System geworden ist und was uns das halt handbar gemacht hat, ist, dass wir gesagt haben, es muss auf jeden Fall auch eine wiederverwendbare grafische Komponenten-Bibliothek geben. Wir wollen halt irgendwie ein Baukastensystem haben, das man nutzen kann. Weil selbst wenn wir halt nur ein Design-System auf dem Papier haben und Regeln, Richtlinien und sowas alles definiert haben, dann hilft uns das zwar innerhalb des Brands zu bleiben, aber auch das muss man wieder interpretieren und das hilft einem vielleicht schneller zu werden, aber ist halt noch nicht speziell. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall sowas wie eine Pattern-Library bauen. Auch das ein Begriff, Pattern-Library, hoffe ich, ist euch bekannt, das ist einfach auf Deutsch wiederverwendbare Komponenten-Bibliothek, könnte man das so ein bisschen nennen, ist halt immer ein nicht gleiches Design-System, das ist eigentlich eher nur Teil des Design-Systems, wie die Implementierung. Genau, für uns hat ein Design-System auch immer, dass es ein Standard ist, an dem man sich orientieren kann und ist eine super Unterstützung. Das alles klingt wahrscheinlich tierisch vertraut, also das habt ihr alle schon mal gehört und habt ihr auch irgendwie, ihr benutzt WordPress, alle schon mal gesehen, denn mit Gutenberg ist eigentlich in jedem WordPress standardmäßig eine Komponenten-Bibliothek und ein Design-System mit integriert. Wenn ihr den Editor aufmacht, habt ihr einfach die Möglichkeiten, nachdem ihr zum Beispiel das Standard-Theme ausgewählt habt oder euch ein Theme mit installiert habt, die Möglichkeit, die Webseiten durch verschiedene Komponenten zu gestalten. Das heißt, das ist halt überhaupt nichts Neues. Also so eine Pattern-Library zu verwenden ist eigentlich ein gängiges Tool. Ich habe mal überlegt, wo denn das eigentlich herkommt. Und um das besser zu verstehen und auch zu verstehen, was denn die Probleme an so einem System sind, haben wir ein bisschen recherchiert damals und ich fand das sehr spannend. Eigentlich gibt es das Konzept schon seit 1995 und doch viel, viel älter. Aber richtig groß, fand ich, wurde es damit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nennt sich Delphi, ist eine Software, mit der man GUI-Programmierung mit Windows 95 und auch Windows 3.11 schon machen konnte. Und ganz spannend, im Endeffekt ist das auch ein Design-System. Es gab ganz klare Regeln und es gab fertige Komponenten, die man beliebig zusammenknüpfen konnte und die mit Funktionalität zu belegen. Das Gute daran ist, wir können aus den Learnings, die die komponentenbasierte Softwareentwicklung damals gemacht hatte, heute noch unsere Rückschlüsse und Hilfestellungen für unsere Design-Systeme finden. Die Probleme sind einfach schon 30 Jahre alt. Die Bücher kann man, gibt es auch schon Bücher aus den 80ern zur komponentenbasierten Softwareentwicklung. Und die Probleme sind wirklich ähnlich. Genauso, die haben sich ja entwickelt. Bootstrap, auch sicherlich von jedem, der ein bisschen Web-Entwicklung gemacht hat, ist das bekannt. Das hat sich einfach mega gut durchgesetzt. Ich glaube 2012 bis 2015 hat jeder mindestens eine Seite mit Bootstrap gebaut, weil es sich ja auch so einfach angefühlt hat. Man hat das einfach einmal runtergeladen, in die Webseite mit rein integriert und hatte eine komplette Bibliothek an Elementen, die man nutzen konnte. Und weil es eben so einfach ist, führt es halt dazu, dass jeder so ein Design-System gerne hat und benutzen möchte. Genau, als schon gesagt, leicht zu benutzen, auch für Einsteiger. Und das Gute an diesem System ist halt, ich brauche mir um dieses Styling und das Design keine Gedanken machen. Ich definiere das einmal, auch bei Bootstrap zum Beispiel hat man einmal irgendwie sein Theme draufgelegt und benutzt es. Ich muss das nicht nochmal irgendwie an jeder Seite neu erfinden. Und selbst wenn ich selber zum Beispiel die Fähigkeiten gar nicht habe, gutes Design aufzubauen, ist es auch, wenn ich ein Design-System habe, brauche ich das halt nur einmal machen und kann mich daran orientieren, ohne dass ich halt mich da viel einarbeiten muss. Ja, also haben wir gesagt, gut, dann lass uns mal ein Design-System bauen. Und ja, die aktuelle Version, oder nein, die aktuelle System, das wir haben, ist unser drittes System. Und wir haben zweimal Systeme komplett weggeschmissen. Wir haben nämlich angefangen mit Brad Frost. Wenn ihr irgendwas mit Design zu tun habt, wird euch dieser Name bestimmt schon mal begegnet sein. 2014 war der praktisch in aller Munde, weil er hat mit Atomic Design eine Idee eines Design-Systems publiziert, die für ihn und in gewissen Situationen auch sehr gut funktioniert. Wir dachten damals, okay, das ist das Coole, das Tool, das, was wir auch ausprobieren wollen, das löst all unsere Probleme. Haben ihn auch mal zu uns eingeladen, haben gesagt, okay, erzähl uns das doch mal, wie das funktioniert. Und haben uns dieses System erklären lassen. Ganz kurz, Atomic Design basiert darauf, dass man versucht, die Elemente einer Webseite komplett klein zu teilen, die zu zerlegen in seine Atome. Zum Beispiel ist dann einzelne Buttons, aber auch einzelne Farben können sowas wie Atome sein. Und die kann man zusammensetzen. Man kann zum Beispiel eine Überschrift oder ein Label mit einem Button und einem Eingabefeld verbinden und hat ein Molekül. Und wenn man das noch irgendwie in eine ganze Newsletter-Anmeldung verwurstet, hat man einen Organismus. Und wenn man verschiedene Organismen zusammenpackt, hat man Templates für Seiten und baut die später. Das ist der Grundgedanke von Atomic Design. Haben wir gedacht, super Idee, nehmen wir mal unsere Gümpel-Webseiten, haben uns in tagelangen Workshops die ausgedruckt und mal geschaut, was ist einheitlich, was ist uneinheitlich, warum haben wir eigentlich 15 verschiedene Buttons und warum ist hier jeder Abstand unterschiedlich. Und ja, haben gesagt, okay, das ist cool, machen wir. Wir haben ein Designsystem danach gebaut und es war komplett für die Tonne. Wir haben damit zwar alle Seiten hingezogen, aber hatten all die Probleme, die man aus komponentenbasierter Softwareentwicklung hatte. Denn es war absolut unübersichtlich. Denn das Problem bei Atomic Design ist, man merkt, dass das einen Softwareentwickler durchdacht hat. Dieses ganz krasse Aufspalten in Atome, Moleküle, Organismen, das fühlt sich an wie objektorientierte Programmierung. Das ist viel zu granular, viel zu fein. Es gibt überhaupt keine Regeln, wie man die Sachen kombinieren kann, wann man irgendwo Moleküle benutzt. Also alleine irgendwie alles aufzuspalten in seine Einzelteile, das alles irgendwie zu kategorisieren, das hilft einem überhaupt nicht. Wir haben uns ein System damals geschaffen, das halt ganz harte Referenzierung hatte. Wenn ich ein Atom, zum Beispiel einen Button hatte, dann wurde der halt an 15 verschiedenen Stellen benutzt, referenziert, absolut unwartbar. Wir hatten total die Probleme mit der Benennung. Wir hatten uns damals irgendwie so ein bisschen an seine Philosophie gehalten, die er in seinen Büchern publiziert. Und er hat halt immer gesagt, ja, ihr müsst das einfach Benennung, hat er nur sehr beiläufig angerissen und hat gesagt, okay, mach das mal irgendwie nach den Funktionen. Und ein Button heißt dann halt irgendwie Call-to-Action-Button oder irgendwie Order-Button. Und das war halt irgendwie ein bisschen komisch. Und was wir gemerkt haben ist, wenn du halt eine Komponenten-Bibliothek hast, die so feingranular ist, hast du nicht das Problem damit behoben, dass da jeder mit umgehen kann. Denn ich brauche halt immer noch die Fähigkeiten, diese Sachen richtig zu kombinieren. Was auch überhaupt nicht funktioniert hat, war dieses Moleküle versus Organismen. Wir kamen einfach nicht aus dieser Situation raus, dass man das sauber getrennt hat. Wir hatten hinterher eine Webseite, wo all diese Komponenten aufgelistet waren. Es waren 74 Komponenten und wurden irgendwie gefühlt wöchentlich mehr. Man kam da überhaupt nicht mit zurecht, wie man was einteilen sollte. Und vor allen Dingen so, man hat gemerkt, das hat ein Entwickler für einen Entwickler organisiert. Und es sah halt aus, als würde ich irgendwie komponentenbasierte Softwareentwicklungen wie 95 machen. Aber wir sind ja in einem Designsystem, ich möchte Webseiten bauen. Das ist ein ganz anderes Problemfeld. Und deswegen haben wir uns 2017 hingesetzt und gesagt, okay, jetzt machen wir mal wieder radikal alles für die Wegschmeißen und neu. Und überlegen uns, was ist denn eigentlich das Kernproblem? Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich der Kunde deines Designsystems? Wer benutzt das? Wer muss das irgendwie, ja, wer muss es warten und wer es muss gestalten und wer benutzt es eigentlich? Das mit der Kundenorientierung können wir, haben wir seit 2010 gelernt. Dann versuchen wir das mit dem Scrum und dem Agilen bei uns. Und wenn man diese Kundensicht einzunehmen, haben wir gesagt, das muss doch auch irgendwie für die Redakteure funktionieren. Und deswegen, hey, die Redakteur ist unser Kunde. Perfekt. Wer ist ein Redakteur? Oh ja, das sind schon so 20, 30 Leute. Aber eigentlich soll es ja jeder sein. Lass uns das mal so bauen, dass das für jeden funktioniert, das Designsystem zu benutzen. Und dass jeder Redakteur sein kann, der will. Wir haben dafür das Konzept von Purpose First entdeckt. Purpose First, was heißt das? Alle Patterns haben eine dedizierte Aufgabe. Wir wollen eine Komponenten-Library, die sich dadurch definiert, dass man genau weiß, warum man denn jetzt eine Einzelkomponente benutzen soll und wann es die beste Zeit ist, sie zu benutzen. Die Idee, muss ich leider gestehen, ist geklaut von aller. Die haben wir kennengelernt in San Francisco auf der Smashing Conf. Da hat sie das System oder hat sie diese Idee vorgestellt. Und der Kerngedanke dabei ist, dass ein Designsystem ist halt nicht nur die Summe der Elemente, sondern es ist halt vor allen Dingen auch der Verwendungszweck und die Verbindung, die die einzelnen Elemente miteinander angehen. Das ist viel, viel wichtiger als die reine Aufteilung nach Redforst. Alle hat uns sehr inspiriert. Wir haben die dann auch eingeladen. Die hat bei uns auch Workshops gemacht und wir haben ihre Ideen auch ein bisschen für uns weiterentwickelt, sehr viel Hilfe bekommen und sind zu unserem Designsystem gekommen, in dem der Zweck vor dem Design steht. Wir haben komplett versucht, das auch ein bisschen zu abstrahieren. Denn wenn ein Redakteur zum Beispiel auf die Suche geht und sagt, ich muss jetzt eine Komponente finden, die ich in meiner Webseite brauche, dann ist es ihm eigentlich vielleicht auch im ersten Moment egal, wie sie aussieht. Der Fokus bei ihm soll halt darauf sein, was möchte ich mit der Webseite erreichen? Und deswegen sind die zum Beispiel hier auch aufgeteilt nach Patterns, die Kontakt vermitteln, Patterns, die was mit Preisen zu tun haben oder Patterns, die Fakten darstellen, die vielleicht auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorhanden sind. Also gerade Fakten präsentieren ist jetzt auch irgendwie zwar ein Zweck, aber den kann man natürlich unterschiedlich gestalten. Habe ich jetzt irgendwie eine Summe von 100 Fakten, die ich präsentieren möchte, möchte ich einzelne Fakten prominent darstellen, möchte ich die ein bisschen untermalen? Da gibt es dann noch Nuancen, also das Facts Pattern bei uns hat halt zum Beispiel vier Darstellungsweisen und wir haben die bewusst in diesem Illustrationsstil abgehalten, damit der Redakteur sich auf den Zweck und was er damit ausdrücken möchte konzentrieren kann. Das war uns damals sehr wichtig und hat uns sehr geholfen, denn wenn er jetzt anfängt eine Webseite zu gestalten, dann kann er in unseren Offlineboard gehen, das Wireframeboard und über die Inhalte der Seite sprechen. Denn ganz ehrlich, was noch viel, viel wichtiger ist als das Design und die Bilder auf der Webseite, ist der Inhalt und vor allen Dingen auch der Zweck der Seite. Was soll der Kunde lernen, wissen, tun, wenn er auf dieser Webseite ist? Warum baue ich diese Webseite? Möchte ich gerade über mein Produkt informieren? Möchte ich ihm irgendwie Fakten liefern, Informationen, Preistabellen? Möchte ich ihm zum Newsletter subscriben, animieren? Das sind unterschiedliche Aufgaben, die eine Webseite hat und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich müssen muss, bevor ich eine Webseite baue. Wenn ich damit nicht anfange, dann ist natürlich irgendwie, fange ich da von einem verkehrten Ende an. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das Erste, was du dir Gedanken machen musst, ist, was erfüllt deinen Zweck? Und dann kannst du hingehen und die einzelnen Patterns betrachten, unterstützen die mich in der Idee, die ich vermitteln möchte. Also ist es gerade sinnvoll, ein Trust-Element einzubauen? Möchte ich auf dieser Seite gerade Vertrauen schaffen? Weil brauche ich Vertrauen, damit der Newsletter-Abonnierung macht? Oder brauche ich etwas längeren Text, um einen komplizierten Sachverhalt zu erklären? Das sind die richtigen Gedanken. Das ist, sage ich mal, Content-fokussiertes Entwickeln. Und das kann man jetzt super offline machen mit diesen Magneten bei uns. Ist ein super Tool, um sich am Anfang ja auch über Rollen hinweg und vielleicht auch mal mit dem Product Owner zu besprechen, was denn man da jetzt eigentlich darstellen möchte. Wir haben das dann nochmal hier schön in der Mitte der Firma aufgebaut, überall alle Patterns als Magnete einmal gebastelt. Und prominent dargestellt, um auch viele Leute einzuladen, einfach da keine Berührungsängste mehr vor dem System zu haben. Dabei haben wir halt gelernt, dass es auch immer wichtig ist, dass man so einen Design-Driven-Fokus hat. Also wir haben gerade mit dieser analogen Wall und mit dem Prinzip, wie wir die Patterns gestalten und organisieren, dass wir da eigentlich auch das Designen, wie man das Design-System benutzt und auch wie diese Pattern-Library aussieht. Das ist eigentlich viel wichtiger, dieses Handling damit auszugestalten und nicht nur das entwickeln und programmieren. Das ist zweitrangig. Und der Fokus muss sein, wie kann der Kunde sinnvoll damit arbeiten. Die Learnings, die wir hatten, ist, jedes Pattern sollte genau einen Zweck definieren. So ein Bauchkasten-Pattern, was irgendwie, weiß ich, alles kann, nichts muss, hilft dem Redakteur nicht. Es ist schon immer gut, dass man da irgendwie einen klaren Fokus setzt in den Pattern. Alle Patterns laufen auf 100% Breite. Das haben wir aus diesem Atomic Design gelernt, dass das für uns mega gut funktioniert. Wenn ich halt einfach über die Gesamtbreite bin mit dem Pattern, muss ich nie wieder mir den Gedanken machen, wie es denn mobil aussieht oder wie es halt auf einem 4K-Screen aussieht. Das können wir in dem Moment, wo wir das Pattern halt bauen und den anderen Leuten zur Verfügung stellen, einfach fertig gestalten. Das wird dann, muss er sich nie wieder Gedanken darüber machen, dass das auf dem Handy blöd aussieht. Das haben wir für ihn geregelt. Und deswegen sind die auch einfach nicht ineinander verschachtelt. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist das Pre-Sales-Pattern. Es ist einfach mal, beispielsweise hat man gesagt, okay, das bietet dir jetzt so ein bisschen zwei Optionen an. Ist so ein bisschen, könnte man auch so ein Page-Divider nennen, der halt unten sagt, so möchtest du jetzt hier irgendwie was runterladen? Möchtest du ein Hands-on bekommen? Oder möchtest du mit unseren Kontakt treten? Das sind so zwei Angebote, die es macht, wo vielleicht auch das eine ein Ticken prominenter sein soll als das andere. Das sind alle so die Sachen, die wir damit beschreiben. Wir sind da sehr restriktiv. Unser Design-System ist da wirklich auf den Redakteur zugeschnitten. Wir haben zum Beispiel sowas wie die Texte, die hier zu sehen sind. Die haben wir wirklich stark beschränkt. Es wird zum Beispiel gesagt, dass diese Zeile darf nur 120 Zeichen sein. Wenn du jetzt meinst, da irgendwie Sätze schreiben zu müssen, lässt das System das erst gar nicht zu. Und genau solche Längen und Beschränkungen haben wir halt einfach festgelegt. Genauso die Bilder. Da gibt es halt einfach eine ganz klare Pixelanzahl und die muss eingehalten werden. Und wenn der Redakteur damit halt irgendwie, also das einzige Problem, das er da noch hat, ist sein Bildmaterial in die richtige Größe zu bekommen. Und damit haben wir sehr, sehr viele Probleme gelöst. In WordPress bei uns sieht das halt so aus. Was wir benutzen ACF, das heißt, ein einzelnes Pattern ziehe ich rein und habe halt da die Möglichkeit, die Texte und die Bilder einfach anzupassen. Ja, wir haben mit dem Gutenberg-Editor gespielt. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, da kann ich später vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn mir noch Zeit ist. Aber das haben wir gebaut, bevor Gutenberg rauskam. Und deswegen benutzen wir da noch so eine etwas hässlichere Listenansicht. Genau, funktioniert aber super. Und auch da wieder die Learnings Patterns nutzen und Patterns bauen sind zwei Paar Schuhe. Das ist wirklich bei uns auch dadurch getrennt, dass wir jetzt ein dediziertes Team haben, was sich komplett um die Betreuung der Webseiten kümmert, also um die Betreuung des Designsystems kümmert, nicht um die Webseiten, weil jedes Team ist eigentlich jetzt eigenverantwortlich für die Webseiten. Wir haben ja insgesamt 20 Stück und jedes Produktteam, das halt irgendwie dafür Verantwortung übernehmen möchte oder will, hat jetzt einfach diese Möglichkeit dazu. Und ja, wir haben das halt auch wirklich jetzt an Personen getrennt, das hilft. Genau, Designsystem erzeugt immer Konflikte. Konflikte, muss man auch sagen, gibt gute und schlechte Konflikte und die guten Konflikte möchte man haben. Das ist nämlich da, wo man dann drüber spricht, dieses Pattern funktioniert für mich aber überhaupt nicht, ist halt, weil ich jetzt irgendwie das und das tun möchte, ist halt ein sinnvoller Konflikt, den man dann aber auch irgendwie, ja, ich will gar nicht sagen ausleben kann. Das hat, also, wir haben halt einfach etwas geschaffen, dass die gar nicht so oft auftreten. Dadurch, dass wir den als Kunden ansehen und halt regelmäßig auch mit ihm sprechen und sagen, ist denn noch das Set, das wir dir an Patterns bieten, ist das genug? Oder hast du irgendwo Probleme damit? Was sollen wir als nächstes bauen? Was fehlt dir? Und da in Dialog treten, haben wir halt nicht mehr die Konflikte zwischen den einzelnen Designern und auch nicht mehr zwischen den, zwischen den Webseitenbauern, sondern halt eigentlich nur noch zwischen den Redakteuren und das, was ihnen das System bietet. Wir haben ein sehr, sehr standardisiertes, striktes System. Alla hat auch ein Buch geschrieben, Design Systems, da hat sie mal verschiedene Designsysteme analysiert und hat auch zum Beispiel so eine Kategorisierung vorgenommen, wie viel Individualität lässt das Designsystem zu, wie restriktiv ist es und da sind wir natürlich mit unserem System sehr, sehr restriktiv, aber halt auch dadurch sehr schnell. Was wir auch gelernt haben, als wir damals den Launch gemacht haben, wir brauchen ein Content-Management-System. Wir haben gesehen, dass das, ja, Webseiten kopieren ist halt einfach nicht mehr state of the art. Da mussten wir halt auch einfach mal die Entwickler sagen, komm, du willst doch eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Deine Entwicklerzeit ist sinnvoller, wenn wir das halt jetzt mit dem Designsystem auch verwalten. Ich habe da auf einem anderen WordPress-Event schon mal einen Talk drüber gehalten, will ich auch nur ganz kurz zusammenfassen. Gibt es auch auf WordPress.tv einen kompletten Beitrag dazu. Wir haben uns irgendwann gesagt, okay, wenn der Redakteur unser Kunde ist, dann sollte der Redakteur auch entscheiden, welches Content-Management-System wir benutzen. Und haben uns halt einfach 17 Systeme angeschaut, haben die mal technisch analysiert und haben halt auch Anforderungen an die gestellt, die wir als Techniker dran hatten, also irgendwie Wartbarkeit, Hosting und Co. Aber halt auch, wie kann der Redakteur darin unser Designsystem verwenden, kann der, also hat der alle Möglichkeiten da drin. Und wir haben einfach zwei Wochen uns hingesetzt, diese Research-Arbeit geleistet und einen User-Test gemacht. Wir haben einfach fünf Content-Management-Systeme in engere Auswahl genommen, die Redakteure dahin gesetzt, A-B-Tests gemacht, immer setzt bitte diese Seite in dem einen System um, setzt sie in dem anderen System um. Und ja, dann hat am Ende WordPress gewonnen, aber wie gesagt, anderes Thema gibt es auf WordPress.tv. Was wir dabei gelernt haben, ist halt, unsere Pattern-Library ist halt auch mehr als irgendwie ein Plug-in eines WordPress-Systems oder eines Content-Management-Systems an sich. WordPress ist nur unsere aktuelle Implementierung davon. Das funktioniert gut für den Redakteur und eigentlich sind wir nicht daran gebunden, solange wir das Designsystem auch in ein anderes Content-Management-System setzen können. Wichtig ist da bei uns, dass sozusagen die einzelnen Elemente erhalten bleiben und die kombiniert werden und befüllt werden können. Deswegen liegt die Wahrheit eines Patterns, also eines einzelnen Patterns, auch bei uns im Git und ist eine textuelle Beschreibung. Denn, wir haben ja gelernt, Design ändert sich und Design ist etwas, was wir bestimmt im nächsten Jahr schon wieder anpacken werden. Also ist ein Fact-Grid, von dem wir halt, das Pre-Sales-Pattern, was ich euch eben gezeigt habe, ist gerade das, was wir verwenden. Aber wichtig sind ja der Zweck, warum man das verwenden möchte, wie man das verwenden sollte, also wann es irgendwie angebracht ist. Und diese Sachen sind ja unabhängig von der grafischen Implementierung. Und deswegen ist die Wahrheit bei uns halt auch eher so ein textbasiertes, ja, Liste. Natürlich ist es gut, wenn dabei einfach noch eine Illustration oder eine kleine Mock-Up oder so ist natürlich auch hilfreich. Aber der Kern ist die Idee, die Idee des Patterns. Weiteres Learning, nicht alles auf einmal machen. Wir standen damals vor einem riesen Scherbenhaufen und haben gesagt, okay, wir wollen natürlich irgendwie, das große V-Design steht an, wir wollen alles in einheitlich schwarz machen, wir wollen die Pattern-Library bauen, wir brauchen total geilen neuen Content. Ach ja, und ein Content-Management-System wäre auch total cool. Wir wären wieder fast wieder gescheitert und auf die Nase geflogen, hätten wir das nicht hart getrennt. Und wir haben das so hart getrennt, dass ich mich durchgesetzt habe und das erste Content-Management-System war ein einzelner Server, wo wir HTML-Dateien einfach reinkopiert haben, den Content in die HTML-Datei. Weil ich strikt mich dagegen aufgelehnt habe, gesagt, wir machen jetzt erstmal Content, wir machen erstmal Design. Und wenn wir dann die erste Webseite da mit HTML kopiert haben und das alles läuft, dann suchen wir unser Content-Management-System. Auch das ist total wichtig. Wenn man so einen großen Haufen hat, schön Step-by-Step und ja, alles getrennt. Ich sehe schon, wir müssen ein bisschen reinhauen. Ich habe auch noch drei Folien. Was wir gewonnen haben ist, wir haben drei bis fünf Tage jetzt für eine Webseite, die wir brauchen. Drei bis fünf Minuten, die wir brauchen und nicht mehr drei bis fünf Tage. Ich saß damals in dem ersten Team, wo wir gesagt haben, oh, wir brauchen eine neue Marketing-Kampagne. Und wir haben uns da mit einem Redakteur hingesetzt, mit einem Grafiker, mit zwei Entwicklern, einem PO und dem Kundenbetreuern. Und wir haben einfach drei bis fünf Tage gebraucht, um eine blöde Seite zu bauen. Aber wir hatten halt einfach, wir kamen nicht mehr mit dem alten Design-System klar. Wir hatten überhaupt keine Idee, was denn überhaupt die Marketing-Strategie ist und was wir sagen wollten. Und ja, der Designer wollte auch noch ein bisschen was Neues machen. Das war halt einfach totaler Waste. Wirklich totaler Waste. Und jetzt haben wir drei bis fünf Minuten, um die Webseite zu bauen. Das heißt natürlich nicht, dass sie dann auch shippbar ist, denn drei bis fünf Minuten habe ich keinen Content geschrieben. Aber das ist jetzt nur noch das eigentliche Kernproblem, den guten Content zu finden. Jeder kann shippen. WordPress ist so ein leichtes Content-Management-System, das da keiner Berührungsängste vorhat. Und wir haben das einfach mit den Google-Konten von der Firma verknüpft. Fertig. Single Sign-On. Mega easy. Einfach kann sich jeder reinklicken. Das Design ist einheitlich. Und wir können wieder Abstände in Buttons ändern. Das war ja nicht mehr möglich in dem alten System. Durch diese komplette Verknüpfung war das einfach ein Moloch. Da sind ganz viele Seiten kaputt gegangen. Und wir haben einfach die Kontrolle über unser System zurückerlangt. Das ist wirklich sehr gut und mega wichtig. Und Design kann sich jetzt wieder entwickeln. Wir können, da wir einfach in diesen Patterns denken, weiß ich, ich habe jetzt 48 Stück. Und wenn ich das komplette Brand-Design ändern möchte, habe ich 48 Patterns anzufassen. Das ist zwar ein bisschen Fleißarbeit, aber easy möglich. Genau, da bin ich eigentlich schon auf dem Ende. So ein bisschen Ausblick. Wir suchen gerade noch so ein bisschen nach Know-how, wie wir so ein bisschen die Backend-Performance optimieren können. Wir haben da mit ACF vielleicht nicht die perfekteste Wahl getroffen. Wir sind sehr zufrieden, aber performance-technisch ist das nicht so cool. Wir müssen da irgendwie gucken, dass wir da vielleicht auch in Richtung Gutenberg langsam gehen. Wie gehen wir mit Individuallösungen um? Wir haben halt auch mittlerweile wieder ganz große Experimente, die komplett außerhalb des Brand-Designs stehen. Und die sich dann zwar auf so eine WordPress-Instanz geklickt haben, aber vielleicht auch ein bisschen an dem Design dran vorbeiarbeiten. Muss man zulassen. Das ist total wichtig. Sonst, wenn man diese Entwicklung nicht zulässt, hat man auch keine Entwicklung im Design. Und man muss aber schauen, dass es irgendwie in dem Rahmen bleibt, dass sich das halt nicht zu weit entwickelt. Und da müssen wir auch nochmal irgendwie schauen, wie kann man damit umgehen. Wir wollen gerne das Wireframing digitalisieren. Das mit dem analogen Board. Das stand zwar jetzt ein Jahr im Flur, aber eigentlich kann man das, glaube ich, auch online machen. Da gibt es bestimmt ein paar coole Tools. Wenn ihr da Ideen habt, quatscht gerne mal mit mir. Wir laufen hier den ganzen Tag noch rum. Und ja, und Asset-Verwaltung. Das ist bei uns ein Kraut und Rüben. Das ist ein Google Drive-Ordner und zum Suchen ist der absolut ungeeignet. Wenn ihr da irgendwie ein cooles Tool kennt oder so, quatscht mal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an Krug, die mir das im Folien geholfen haben. Und ja, der Alex, hier links im Bild zu sehen, ist heute auch da. Da sprecht ihr ihn an, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias. Matthias von meinem Lieblingstelefonanbieter ZipGate. Ich glaube, ich bin seit 15 Jahren da und es gab noch nie, nie, nie Probleme. Wahnsinn. Danke. Das ist echt der Hammer. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen an Matthias? Ja. Dankeschön. Cooler Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, du hast ja deinen Vortrag sozusagen so ein bisschen darauf aufgehangen, dass ihr erst eine klassische Pattern- oder eine klassische Komponentenbibliothek gebaut habt und ihr so ans Limit gestoßen seid, dass zwar ihr Entwickler damit klarkommt, aber die späteren, diejenigen, denen ihr den Staffelstab übergebt, halt weniger. Und ihr habt jetzt diese Patterns, die im Prinzip so große Funktionsblöcke sind. Innerhalb dieser Patterns, also rein technisch, arbeitet ihr dann doch auch dort wieder mit Komponenten. Also ich stelle mir das für euch als Entwickler besser vor, wenn ihr dann tatsächlich untenrum das wieder in Komponenten aufbrecht, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Knopf mit dem Pfeil aktualisieren wollt, dann wollt ihr das ja auch nicht in jedem Pattern machen. Genau. Klar, da haben wir auch einfach die ganzen Grundelemente, die man im HTML so hat, also Buttons, Überschriften, Typografie. Das ist natürlich einmal in so einem CSS-File, also wir nennen das auch Core-Patterns intern. Das ist so eine Basis, die wir geschaffen haben, das ist auch ganz cool, weil die konnten wir aus dem Brand-Design einfach so aus den Vorlagen nehmen, Typografie reinschreiben. Und wenn ich jetzt ein neues Pattern baue im HTML und CSS und einfach erstmal irgendwie einen Button positioniere, dann habe ich den natürlich in so einem Grunddesign. Was aber das System erlaubt, ist, wenn das jetzt für dieses eine Pattern halt nicht passt, dann kann ich das halt kaskadieren des Style-Sheets. Ich kann es einfach in dem Pattern überschreiben. Da muss man natürlich einfach nur ein bisschen die Hoheit drüber haben. Also wenn ich jetzt wirklich nochmal was grundlegend, zum Beispiel an Abständen von Buttons anpasse, dann habe ich halt einmal die Aufgabe, alle 46 Patterns durchzugehen und zu gucken, ob es noch passt. Aber wir versuchen da die Ausnahmen so gering wie möglich zu halten. Aber es funktioniert sehr gut. Da vorne ist noch eine Frage. Hi, ich fand den Vortrag übrigens sehr gut. Design Patterns ist ja jetzt so ein, sage ich mal, neumodisches Team, das irgendwie vor zwei Jahren irgendwie Fuß gefasst hat. Mich interessiert, was ist der Vorteil von euren Design Patterns gegenüber zum Beispiel Page-Bildern wie Bakery-Page-Bilder oder Site-Origid oder sowas, wo man halt auch im Prinzip Komponenten basiert, weil man ja im Prinzip kann man ja auch Komponenten aufbauen, sogar mit Inhalt drin und die dann wiederverwenden. Dafür gibt es extra Plugins, die man nutzen kann. Es geht ja auch in gewisser Weise auch um Schnelligkeit und so weiter, wie schnell man mit Komponenten eine Webseite aufbauen kann. Und da würde ich gerne wissen, wie im Vergleich zu halt solchen Page-Bildern euer Design Pattern oder welche Vorteile euer Design Pattern bietet. Der Vorteil, also zu klassischen Page-Bildern ist halt, Page-Bilder, wir haben uns ein paar davon angeschaut und das Problem ist halt immer, wie treffe ich die Auswahl, welche Komponente ich jetzt da reinziehe und in der Seite verwende. Das ist halt so die Fähigkeit und der Skill, derjenige, der die Seite baut, dann braucht. Der muss diese Auswahl treffen und die meisten Sachen arbeiten da sehr visuell, also im Sinne von, ich sehe, wenn ich auf eine Komponente klicke und reinziehen möchte, sehe ich halt eine Vorschau davon, aber mir fehlt eigentlich dieser Kontext. Warum muss ich das jetzt auswählen? Und wenn du dreimal warum fragst, dann bist du bei der richtigen Frage und das versuchen wir halt so weit wie möglich nach vorne zu holen und deswegen Purpose First, den Zweck in den Vordergrund stellen, weil wenn ich halt einfach diesen Zweck habe, dann habe ich vielleicht schon mal zwei Why's gestellt und bin dann einfach schneller drin. Gut, verstehe, ihr habt im Prinzip die Arbeit für einen Redakteur erleichtert, dadurch, dass es bei eurer Zielgruppe eigentlich, habt ihr das geschafft. Aber im Prinzip muss man ja trotzdem Aufwand oder hat man Aufwand im Frontend-Bereich, wo man halt bestimmte Dinge dann anpasst. Man kann natürlich eine Library oder whatever nehmen, was ihr schon zur Verfügung stellt, aber man hat halt immer noch diesen Aufwand, dass man zusätzlich noch ein paar Dinge aufmachen muss und bei Themes, die halt auch zum Beispiel Page-Speller und so weiter aufbauen, da spart man sich die Zeit, jetzt nur in irgendwie kommerzieller Weise gedacht. Aber an sich ist es für Custom-Projekte, denke ich mal, eine interessante Angehensweise, vor allem auch für Redakteur, die dann nichts mehr falsch machen kann. Vor allem Kunden kann man dann wahrscheinlich auch einfach erklären, okay, Ansprechpartner-Box ist tatsächlich für Ansprechpartner und nicht für etwas anderes gedacht. Und da vielleicht nochmal kurz zu sagen, wir haben auch lange überlegt, was ist denn so eine gute Zahl an Komponenten und wir haben jetzt irgendwie 45 und wir haben so eine Schwelle erreicht, wo wir eigentlich alles bauen, also es kommt noch selten ein Redakteur auf uns zu und sagt, mir fehlt jetzt konkret noch was. Weil meistens sagen wir ja, okay, dein spezieller Anwendungsfall ist jetzt vielleicht nicht abgedeckt, aber guck mal, mit dem Pattern und dem Pattern kommst du doch erstmal weiter und das funktioniert mega gut. Also man kann fast alles damit bauen. Da ist noch eine Frage. Habt ihr denn sowas wie eine Guideline, das heißt so ein Katalog, dass ich im Prinzip jetzt mit dem Redakteur hin, dem Redakteur das geben kann? Ja, wir haben da so eine Webseite, also die ist auch öffentlich nach draußen. Da haben wir eigentlich komplett das Brand Guideline sozusagen online gestellt. Da steht halt komplett, warum benutzen wir jetzt Farbe X, Farbe Y oder wie sieht bei uns auch so ein bisschen animationsmäßig was aus. Das ist zwar total weit gefasst und dann geht es halt runter auf die einzelnen Patterns, dass wir da so eine Galerie von all diesen Patterns zeigen. Man kann da draufklicken und dann sieht man halt einfach, hat man so eine Voransicht, wo man es auch schmaler ziehen kann, größer ziehen kann und der Redakteur kann halt sich da online halt informieren oder auch alle Interessenten können sich da online über unser Designsystem informieren und ansonsten halt diese Offline-Variante, wo wir dann natürlich auch vor Ort unterstützen. Du hast ja vorhin schon was zu Gutenberg gesagt. Habt ihr konkrete Pläne, das ganze Ding auf Gutenberg zu portieren und wenn ja, wo siehst du die größten Probleme? Wir haben letzten Dezember gesagt, okay, lass uns das jetzt mit diesem Gutenberg machen, haben uns in einem Sprint Zero zusammengesetzt und festgestellt, Gutenberg kann das nicht, was wir möchten. Denn der Trick bei unserem Designsystem ist, es ist ein zentrales Designsystem. Ich habe die komplette Wahrheit im Git, die wird über ein Theme in WordPress reingeladen und ich kann halt das Theme immer updaten. ACF sorgt dafür, dass wenn eine Seite geladen wird, der immer die Vorlage aus dem Designsist nimmt. Gutenberg wiederum kopiert das Design in den einzelnen Post rein und dadurch hast du sozusagen eine Versionierung und du hast ein Versionierungsproblem. In dem Moment, wo du mit Gutenberg Seiten baust und speicherst und dann weggehst und das Designsystem aktualisierst, hast du auf dieser Seite das alte Design. Und das ist ja das nicht, was wir wollen. Wir haben ja sozusagen ein Team, eine zentrale Aufgabe und das Team müsste durch alle Seiten gehen und einmal speichern klicken, damit das aktualisiert wird. Und das funktionierte damals, also ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass wir uns damit beschäftigt haben, aber genau das ist halt das Problem von Gutenberg. Es kopiert alle Informationen von den Blöcken, die benutzt werden, in den einzelnen Posts und du hast keine Möglichkeit, das zentral zu verwalten. Wir hoffen darauf, dass ACF, also wir hatten auch schon mal mit den Entwicklern gesprochen und mal irgendwie geschaut, wann werdet ihr so ein bisschen Gutenberg-kompaktibel, wann kann man Custom Fields in Gutenberg-Blöcken benutzen und wenn du da Ideen hast oder so, geil, wir brauchen sowas, aber dann nennen wir halt Gutenberg in dem Moment, wo wir dieses Problem der Versionierung auflösen können. Noch eine Frage? Keine weiteren Fragen? Gut, dann möchte ich den Matthias nochmal, auch in eurem Namen, mit eurem Applaus ganz herzlich danken. Danke.